Moin Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Minecraft Speed Builder. Heute mit dabei ist der liebe Stiffler. Hallihallöchen. Jetzt erstmal alles mache. Oh Gott, okay. Ja, so schwer ist das nicht, dass es schwierig ist, nur zu merken, wo die Kuh steht. Verdammt, ich musste mir auch noch die... Ich hab nicht an die Pilze gedacht. Keine Ahnung, ich rate jetzt einfach mal. Ich rate gerade auch. Also daher... Was, waren vier? Nein. Äh... Ich versuche gerade ein bisschen zu schummeln. Demn ich mir jetzt versuche, bei jemand anderem abzugucken. Ich hab gerade irgendwie das gemacht. Was, wieso? Keine Ahnung! Fuck! Das ist einfach... Ich weiß es doch selber nicht. Ich hab's irgendwie gemacht. Ich auch irgendwie. Ich weiß es nicht. Oh Gott, was wäre denn richtig gewesen? Oh Gott, ich hab überhaupt nicht auf die Pilze geachtet. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh Gott. Gott sei Dank. Übrigens, falls es jemandem aufgefallen ist, ähm, ich hab heute tatsächlich mein neues Thumbnail hier für dieses Video. Da danke ich nochmal viermal zu lieben Dutt für das Erstellen des Thumbnails. Ist ja lieb von dir. Äh, ja. Hat mich riesig gefreut darüber. Ähm... War das so... Hat da gerade jemand über mich geschwebt oder was war das gerade? Ähm... Ich flieg jetzt raus, auf jeden Fall. Ich wahrscheinlich auch. Ich hab gerade überhaupt keine Ahnung, was ich hier gerade für Mist baue. Ich auch. Weil es mit den Blöcken überhaupt nicht passt. Verdammt! Das war mir genauso. Oh mein Gott, was hab ich für ein Krüppel gebaut? Was meinst du? Scheiße! Genau falsch. Fast richtig gebaut. Ah Mist. Wie viel Prozent hast du? Oh Gott, sei Dank. Wow. Wie fahrtest du? Ich hatte, äh... Ich glaube 64. Oh, ich hatte 70. Gut. Oh ne. Oh nein. Ähm... Oh Gott. Das ist hier. Hell, dunkel, dunkel, hell. Oh shit. Hell, dunkel, dunkel, hell. Und orange war hier. Oh Gott, ich hab gar nicht drauf geachtet, wie groß der Würfel war. Der... Doch, nicht. Einer. Einer. Ich glaube, das war... So. Kommt das hin? Scheiße, scheiße, scheiße. Yes! Perfekt Match. Huh! Nein! Wo bist du denn? Scheiße, 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 scheiße. Wo bist du denn? Das ist der Fla, welches ist denn deins? Was, was, was? Ach, hier hinten bist du. Oh Gott sei Dank. Ja, komm, du bist aber so weit gekommen. Ja. Rakete. Okay. Das packe ich auf jeden Fall. Sagt er ja voller Überzeugung und war da ganz still. Ja, weil ich mich konzentriere meistens. Bei solchen Bausachen konzentriere ich mich immer. Tu mal nicht so, als ob du irgendwie was könntest. Nee, 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 nee. Ha! 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 Nein! Ach, komm mal! Ich bin die einzige, die das perfekt geschafft hat! Ich war fast fertig. Oh, ja. Zwei... Existisch. Drei Blöcke haben die noch gefehlt. Ja. Oh. Oh. Oh, wo, Alter? Und den letzten drei... Oh, okay. Ja, das ist leicht. Vier... Ach so. Okay. Ja, ich dachte man hätte jetzt ganze Blöcke. Hab ich auch gedacht eben. Äh... Müsste dann so sein. So sein. So. Ach so, ja. Dann muss da nochmal was hin. Das ergibt Sinn. Es muss mal schneller. Ja, ohren, das ist mir doch egal. Ääh... Ach so, ja. Ich weiß, ich habe mich nicht ganz gemerkt. Habe ich den zu klein gebaut? Verdammt. Ich glaube, ich habe mir den zu klein gemerkt. Ja. Fuck! Ja. Komm, noch mal ein paar Blöcke platzieren. Mist. Ach, weil der innen drin ausgehöhlt ist. Ah, gar nicht falsch gemerkt. Oh, Mann. Mist. Mist. 88% habe ich. Aha. Alter, wir zwei nur noch. Alter, habe ich Glück. Alter, habe ich Glück. Oh, okay, das ist einfach. Komm, das ist echt nicht schwer. Du bist aber eh schneller als ich. Fertig. Das hat aber nichts mit schneller sein zu tun. Wenn du es jetzt auch perfekt schaffst, dann kommt das nächste Building. Das hat echt nichts mit der Schnelligkeit zu tun. Du musst es einfach nur schaffen. Vielleicht gesagt, das getan bei mir. Aber es wäre natürlich schön, wenn es auf Schnelligkeit ankommen würde, weil da hätte ich gewonnen. Oh, würde er es noch schaffen? Okay. Oh. Ja, der Scheiß. Ähm, das war einer weg da. Okay. Das kann ich. Vor allem so ein Building muss man einmal versauen. Danach kann man es besser. Oh, bitte. Kann es nicht nach Schnelligkeit gehen? Ach, komm. Wie gesagt, ich habe das einmal richtig versaut. Dementsprechend kann ich es jetzt besser. Wo war das andere? Wo war das andere? Ich habe alles gesehen. Oh, nein. Der eine Teppich. Ja, der weiße. Da wusste ich es ganz genau, ne? Nebeneinander. Nein. Links daneben. Hey, hat dich geharrt oder warst du? Nein. Du hattest eine Lücke dazwischen. Das eine war auf dem Rand. Yes. 71 Prozent. Ich bin draußen. GG. Also, ich würde sagen, weil das so kurz ging. Zweite Runde. Zweite Runde. Ja. Ach, du Kulierneuer. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob du das erste Mal mit jemandem gespielt hast, der das noch nie gespielt hat. Ach, das. Ach, du. Hab ich so erzählt, ja, da kommt gleich ein Building, das musst du nachbauen. Und er so, den Fisch da oben. Das war lustig. Fünf. Da hat hier auch jeder mittlerweile, hat hier eine andere Taktik, wie er das genau baut. Okay. Aber es kommt ja im Endeffekt, kommt es ja darauf an, dass du am meisten Blöcke gesetzt hast in der Zeit. Selbst wenn du es nicht fertig schaffst, ne? Ja. Hab ich schon kapiert. Deswegen hab, mach ich immer die großen Flächen eigentlich als erstes. Ich bin fast fertig gewesen sogar. Ja, ich auch. Also ich mach das zum Beispiel so, ich mach erst den Boden, dann mach ich den kompletten Goldblock, dann meistens oben drauf und dann die Säulen. 83%. Ach nein, nein, warum ne Katze? Ach nein, nein, warum ne Katze? Und an den Kopf. Okay. Die versaue ich nämlich jedes Mal. Was war das? Das passt irgendwie nicht. Moment. Bei mir passt das schon wieder nett, ne? Verdammt, ich hab das schon wieder falsch gebaut. Oh, okay. Immer diese verdammte Katze. Mein Gott, den Schwanz hab ich jetzt gerade auch total versetzt aus Versehen. Oh Gott. Oh Gott. Okay, ja, den Schwanz, den wollt ich eigentlich oben drauf machen, der hat aber nach oben gekommen. Boah, ich hab noch 61%, ne? Der wär... Oh, Glück. Der wäre theoretisch... Ich wollte eigentlich gerade mein Fehler nachgucken, aber egal. Ähm, überall sind Zäune, Pferdchen. Äh. Pferdchen, du stehst im Weg. Ich hab dich halt als erstes gesetzt, damit ich keine Probleme hab, gleich. Äh. Mist, ich muss dich nochmal wegmachen. Boom, Baby. Dein Ernst? Ja. Euer fucking Ernst. Alter. Du musst auf den Strohballen richtig sitzen, ne? Die hab ich richtig. Mach mir aber keine Panik, Stiffler. Nur weil du genau neben mir stehst. Du vollidiot. Dann macht er mir Panik. Als ob er gerade geguckt hätte und sagen wollte, also wirklich, da musst du doch mal was korrigieren. Äh, 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 ich soll nicht mal rübergegucken. Mein Gott. Hm, hat er einen Fehler gemacht. Och, du Scheiße. Oh, nein, 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 nein. Okay, zwei frei. Ich weiß es nicht mehr. Also, ich muss dich jetzt eigentlich auch ablenken, damit du es nicht richtig maust. Äh, war das so? Theoretisch kann es so gewesen sein. Nein, war es nicht. Verdammt. Verdammt! Leute, hab ich einen Fehler gemacht? Ich weiß es nicht. Egal. Ach, das war hinten nicht zu, deswegen. Was? Da hätten drei Blöcke weggemüsst. Oh Gott, ey, ich bin im Wasser gelandet, ne? Ja, manchmal kannst du nicht fliegen, das ist echt blöd. Wo hätten die denn hingemusst? Aber trotzdem hab ich auch so geschafft. Ey, da wird noch nur wieder dran, noch nur. Ach, komm. Willy. Drei. Drei. Hä? Da hab ich jedes Mal... Hab ich hier einen Block zu viel. Und ich verstehe immer nicht, wo der hin muss. Das probierab ich jedes Mal. Ach, ich glaub da hin, ne? Glaub ich. Hab Fünfe jetzt noch, Alter, wie... Hä? Hä? Wieso hab ich denn was schieben zu viel? Ich verstehe es jedes Mal nicht. Boah, ich hab's doch geschafft. Wo hab ich jetzt den Fehler gemacht? Wo war jetzt... Du musst bis ganz nach vorne. Ach so, deswegen. Oh. Oh Gott, hab ich Glück gehabt. Oh nein, hier muss man sich auch noch... Oh Gott, okay. Okay. Ähm. Ja. Was, man muss auch den Baum merken? Willst du mich verarschen? Natürlich muss man sich den Baum merken. Das hab ich mir tatsächlich gedacht, dass ich mir das merken muss. Mein Problem war halt, sich zum... Erst zu merken, wo die andere Erde ist. Nein. Ich bin so froh, dass wenn man einen Glasblock... Einen Grasblock falsch setzt, die Möglichkeit hat, den wieder anders zu bauen. Ich glaube, der war so nach dem Motto so. Ja. Huh. Oh, er hat schon einen Fehler gemacht. Yes. Nein. Du musst die Blätter nach unten setzen. Ach, diesmal hab ich gewonnen. Hab ich nicht vorhin auch schon... Ja. 90% hab ich gehabt. Also erst wurde ich das letzte Mal vom lieben Sven fertig gemacht. Und jetzt hab ich den lieben Stifter fertig gemacht. Ich komm mir jetzt nicht merken. Hallo Leute. Ich hab mir den Baum... Ich hab's nicht angeguckt. Vielen Dank für's mitmachen, Stifter. Bis zum nächsten Mal. Gern. Doch, doch, chairman. Nein. Ich hab's nicht... Vielen Dank.